Ein unglaubliches Tor! Herrliches Tor! Ein unglaubliches Tor! Und wer? Ein unglaubliches Tor! Pjanic, oder? Es ist Pjanic, oder? Es ist Pjanic. Ein unglaubliches Tor! Ein unfassbares Tor! Und da hinten hat dieser Ersatzkeeper, dieser Amos, keine Chance, hat man gar nicht richtig gesehen! Auch die Regie nicht, so jetzt, da schaut er, da schaut er, und dann ist es drin! Passt, genau!